So, guten Morgen und willkommen zurück mit Warzone 2100 Ich habe gerade noch so eine Stündchen Zeit, da habe ich gedacht ich mache nur schnell eine Mission und... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung Hoffentlich die, war ich da, bevor ich da komme Missionstimer aktiviert Äh, Moment, war das die? War das die? Komm her, ganz langsam, ganz langsam, ganz ruhig Hab ich, hab ich Kommt jetzt irgendwie Ich hab Mercer Äh... Ich sollte vielleicht erst laden und dann Schauen, äh, äh Die Aufnahme starten Nein, das wär, das... Missionstimer aktiviert Okay Okay Äh... Moment Wo war ich jetzt? Haha, exzellente Frage Unser... Bericht von Team... Missionstimer aktiviert Da hatte ich noch keine, oder? Da hatte ich auch schon Mercer Äh, dann war ich Mission... Ich könnte auch einfach auf Startup schauen Boah, bin ich blöd Ich bin so blöd Ja, 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 ja Moment, wir schauen erst mal auf Startup Also das war 22, 43... 40... 25... Oh, ich speichere immer so wenig, sehe ich grad Das war... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Es war Mission 5 Also die, die wir grad geladen haben praktisch Alles klar, wir sind hier richtig Gold richtig Also, ich brauche, ich brauche dieses Mal zwei von euch. Dann brauche ich erst mal zwei von euch. Sind das schwere MGs? Nein. Zwilling, ich will aber die schweren. Da, schwere. Dann brauche ich ganz viel von euch, komm. Komm. Normale Spielständigkeit, wenn wir mal haben. Dann nennen wir die erfahrenen erst mal. Laten wir erst mal die ein. Du zuerst. Dann du. Dann du da. Du da. Für passen noch, nein, zwei. Mir egal, wer reingeht. Hopp, nein. Einer von euch dreien. Äh, zwei von euch dreien. So. Abflug, komm, komm, komm. Gruppe zwei, da haben wir noch. Eintreffende Übertragung. Oh, Übertragung. Zeig mal an. Warnung, sie betreten ein Sperrgebiet. Kehren sie in die innen zugewiesene Zone zurück, oder sie werden zerstört werden. Ich wiederhole, kehren sie in die innen zugewiesene Zone zurück, oder sie werden zerstört werden. Ende der Nachricht. Ich glaub, die wollen mich hier nicht. Das hat mir so mein Gefühl. Aber warum? Ich hab doch auch gar nichts kaputt gemacht. Ach, das ist schlimm. Okay, wir bauen erst ein paar Türme. Oh, ich weiß nicht, ihr zwei zu zwei und ihr seid jetzt eins. Und, gab's da nicht Verstärkung oder so? Äh, wieso hab ich da jetzt zwei? Achso, okay. Alles klar. Ich verstehe. Oder ich tue zumindest so, als würde ich es verstehen. So. Schießen wir erstmal ein Auto kaputt. Um zu demonstrieren, wie mächtig unsere Waffen sind. Ideal. Ihr seid drei. Oh, ihr wart schon drei. Okay. Seid ihr eben nochmal drei. Oh, ihr wart schon drei. Jawohl, ihr reprägt gleich mal. Jetzt zerstört er noch wegen die Blechhütten. Um zu demonstrieren, wie mächtig wir sind. Mit unseren schweren MGs. Ja, da kriegt man schon Angst, wenn man ein schweres MG hat. Da kann man schon Vernichtung anrichten, du. So, jetzt fahr ich wahrscheinlich gleich in die Mega-Basis rein oder so. Guter Zeitpunkt mal zu speichern. Lalalala. Ganz vorsichtig. Ich hab so wenig. Und... Konstruktion abgeschlossen. Schöne Reichweite. Sehr sehr dumm. Ich weiß ja nicht, ob man einen braucht. Wahrscheinlich nicht, ne? Teil nutzt, dass ich den jetzt gebaut hab. Ah. Hä? Wo ist jetzt das Signal hin? Da waren noch eben welche. Sind hier hingerannt. Ihr Feigling, er bleibt gefälligst da. Konstruktion abgeschlossen. So feige Mistkerle. Das hätt's früher nicht geben. Und... Moment, geht's da noch lang? Ist da noch was? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Zeitverschwendung, ja. Ich war... War ja klar. Naja, nicht mal belächelt und zum kaputt schießen. Boah. Voll die Kack-Map. So, was baue ich noch? Was baue ich noch? Was baue ich noch? Boah, noch ein paar Türme. Bau noch ein paar Türme. Kann nicht schaden. Wenn er sich wieder 20.000 Einheiten vernichten muss, wenn ich zurückkomme. Das wollen wir dieses Mal vermeiden, möglichst. So. Hier erklistert man die Luft. Konstruktion abgeschlossen. Wollen wir noch mehr bauen eigentlich? Nö, ne? Warum auch? Brauche ich nicht mehr. Basis-Bauern ist eh was für Lose. Echte Pros spielen nur mit den Einheiten, die sie vom Start her haben. Eintreffen ist übertragen. Oh. Und, äh. Ihre Angriffe auf uns werden nicht ungestraft bleiben. Sie verstoßen gegen die Rechte des New Paradigm. Sie werden zerstört werden. Ich stelle fest, sie mögen mich nicht. Und sind fort. Geil. Du bist in der Hand. Bauen wir gleich einen Hoppertürm. Die mögen mich nämlich nicht. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich keinen Kaffee und Kuchen oder so mitgebracht habe. Das ist immer so ein kleineres Dörfer. Ist das nicht irgendwie üblich, dass man dann zum Nachbarn geht, wenn man neu ist. Und. Irgendwie so Kuchen mitbringt. Sollte ich eigentlich am besten wissen, na? Ich wohne in so'n Scheiß-Kaff. Aber wir haben WX 16.000 bis 11. Bringt mir jetzt zwar überhaupt nichts, aber egal. Panzerfallen. Kann ich da nicht rüber? Ich hab da was von Stärkungen an den Leuten hören. Gut, was nennt man mit, was gämmern mit, was nennt man mit. Macht man hier langsamer. Ich muss das mal schauen. Genau, ein schweres Maschinengewehr. Den nehmen wir mit... Ich hab doch da irgendwo ein Messer, oder? Ja, nehmen wir auf ein Messer mit. Temperatur kann nicht schaden. Oh! Ich glaub, das waren... Das war, glaub ich, dann die letzte Version, wo ich gespielt hab. Mit den unglaublich un... Konstruktion abgeschlossen. Na, Flamme, hohe Mette ist Müll. Äh, äh, was nennt man noch mit? Das. Überwaffnung, komm. Starten, starten. Nein, nicht ausladen, einladen. Dann starten. Noch irgendeine neue Nachricht? Nein. Was zu forschen? Nein. Warum auch? Speichern. Speichern. Jawohl. Das ist... Gute Idee. Beste Idee, die ich je hatte. Soll ich öfters mal tun? Das war, glaub ich, dann die letzte Version, wo ich gespielt gehabt hab. Oder so. Wo sie so richtig unangenehme Panzer auffahren. Oh! Was ist das denn? Was ist das denn?